Oliver Pocher ist aktuell der Internetkönig. Kein TV-Star kommt an seine Zahlen ran. Bundesweit wollen sehr viele Stars in seine Live-Sendungen. Noch vor wenigen Monaten sah bei ihm aber alles ganz anders aus. Mit gerade mal 350.000 Followern auf Instagram war das Interesse an einem Komiker nicht besonders hoch. Doch nach seinem Seitenhieben gegen den Wendler hat er in nur wenigen Wochen die Millionen geknackt. Inzwischen hat er 1,7 Millionen Follower. Auch seine Live-Sendungen brechen Rekorde. Selbst Miley Cyrus, die mehrere Millionen Fans hat, kann mit ihrer Live-Sendung nicht mithalten. Bei ihm schauen durchschnittlich 80-100.000 Menschen zu, während Miley mit 5-10.000 Fans rechnen kann. Wie findet ihr den Content von Oliver? Und gefällt euch das, dass er in so kurzer Zeit so beliebt geworden ist? Ich bin gespannt auf eure Meinung und freue mich, wenn ihr Check The Celeb abonniert, um immer up-to-date zu bleiben. Bis zum nächsten Video und danke fürs Zusehen!